Ich weiß nicht, dass er vom Leben ist. Das sind keine Kosten. Ich weiß nicht, dass er das macht. Ich darf jetzt vier ziehen. Ich weiß nicht, dass er das macht. Ich weiß nicht, dass er das macht. Ich weiß nicht, dass er das macht. Ich habe noch zwölf Sekunden gezogen. Ich habe noch zwölf Sekunden gezogen. Ich habe zwölf Sekunden gezogen. Tja, ich sag drei 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 aber warte. Ich sag auch mal den einen und den einen. Oh mein Guh. Weil der Kultwefer kommt. Das ist so unfair. Er muss alles aufwerfen. Loran! Er muss alles aufwerfen. Ich kann auch mal viel fliegen. Was macht er mit seinen Handkarten? Er muss aufwerfen. Was ist das? Und bist du auch das auch schon behindig? Ja, ja, ja nicht. Aber wirklich. Okay, er hat jetzt 17 Karten auf der Hand, was er von ihm hat. Warte, was ist das für ein Tag? Was? Nee, kann ich jetzt den Zübleffekt nochmal machen? Ah, ich hab einen, er schaut doch aus wie heimisch. Was ist ein heimisch? Ja, ja. Woher schaut schon aus wie heimisch? Nicht heimisch, okay? Ja. Du bist. Aber ein bisschen linear. Ja, das ist schon gar nicht, dass er nicht heimisch ist. Obwohl ich jetzt den Lauf. Runeinapparat. Ich schwöre euch. Attacke. Das ist ein Fake. Weil du 1, 2, 3, 4. Nein, nicht deswegen. Kann noch was machen. Ach so, ja, stimmt. Was willst du machen? Du hast keine Verdächtung zuhause fallen, ne? Das ist sein Zug. Oh! Daran hat er ja nicht gerecht. Ja. Willst du nicht gehen? Ja. Das heißt, du fällst keinen Kampfschat. Wie schlecht bist du? Ja, ich weiß. Ich weiß. Wo hast du dich, dass er von mir... Was hat er gemacht? Ja, wo hast du dich, dass er Reborn war? Ja, gut. Es ist schön, wenn du auch so, aber trotzdem. Das hat er abgehauen, ne? Du nicht. Machst du was? Was möchtest du? Das heißt, du überweist mir so ein Reborn an. Hast du ihn nicht gelesen? Ja. Entschuldigung. Sieht man sie an? 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 Hat er dem Schaut keiner zugekommen? Wieso hat er das abgeworfen? Ja, ein Champion. Ja, sicher. Wie? Wie? Ich hab grad, weil es wieder ein anderes Deck ist. Ja, nichts zur Combo. Jetzt hol ich mir einen gelben. Ich geh nicht. Warte, warte, ich überleg jetzt alles aus. Hier sind fünf Monster. Älteste Bros hier im Star-Schweinchen. Ab und ab. Ab und ab. Hahahaha. Hört das noch? Nicht noch? Okay, du wärst mich. Zack ab! Das ist das Schwertz. Kannst du ernst. Nein, nur das da. Was ist das? Ein, vier, 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 fünf, fünf, sieben. Und was sind die Verteidigungen von denen addiert? Ein, scheiß, Kass. Ja. Ich mach das auf die... Was kann? Ja. Du hast das Spiel verloren. Du hast das Spiel verloren. Ich hab drei Pots gebraucht. Wenn alle Monster links von denen liegen, mehr als 2000 Verteidigungen zusammen haben, dann das verloren. Zeig im Limiter. Zeig im Limiter. Zeig im Limiter. Er glaubt's nicht, oder? Nein. Das ist englisch. Hast du das? Nein. Ich hab's mir im Begriff durchgelesen. Okay, du bringst einfach nur Schaden in Höhe von dem Angl. Ja. Du hast jetzt eine Seite zu fach. Zeig im Limiter. Zeig im Limiter. Ich hab's mir nicht mehr schaden. Also flieb bitte. Schaden. Wenn's zielt. Ist wieder cool, wenn ihr eine neue Karte gelesen habt. Ich hab's mir eine schöne neue Karte. Genau. Ich schwiebel glaubt. Attacca. Ja. Attacca. Ja. Mystica Storm. 7000. Ja, und? Ja, es ist noch ein paar. So. Ein Gio. Oh mein Gott. Also das macht nichts, wenn ich jetzt schwiebel? Nur Monster. Gebt bitte. Nein, das macht nichts. Ja, komm her. Aber es ist halt nicht. Manga-Ranga. Ja, du Lacker. Stimulig-Combo. Ja, ich lief so auf Steak, damit es in den Namen ist. Das ist super geil. Der macht die ganze Zeit kurz, dass wir gehen. Jetzt nicht. Du brauchst kein Simon dran. Das ist nicht einfach oben. Schaut es euch weiter an. Das hat dann die Zeit da. Wie funktioniert das jetzt mit Raw? Wenn er angreift, aber wenn er schon in der Battle Phase ist, geht der Angriff durch, oder? Ja, wenn du es dumm machst. Wenn du es echt mal ansagst. Aber wenn du es gut machst, dann geht der einfach nicht. Nein, nein, aber ich will es dumm machen. Du willst es dumm machen? Ja, dann muss er mir erst anfangen. Dann warten wir es an das machen. Und der erste Angriff geht durch? Auf eine Taktiker warten. Okay. Am step? Nein! Nicht die! Wirklich die? Ja. Warte. Hey! Aktivier sie! Aktivier sie! Aktivier sie! Sonst geht sie einfach nur so rum. Wenn du sie aktivierst, dann kannst du so rum. Ich aktiviere sie. Warte! Ich muss nicht immer legen. Warte! 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 Die ist im Feld! Die ist im Feld! Die ist im Feld! Okay! Das ist Kapitel 4. Ich kaufe sie nur noch für 60. Ich kaufe sie nur noch für 60. Das war 4 und 1. Mit Wunschkart hast du schon. Mit Wunschkart hast du schon. Mit Wunschkart. Mit Wunschkart? Mit Wunschkart. Für die Schuhetragen habe ich 2-2-6-3-4-6-3-4, das ist ja schön. Mütter für dich noch dazu? Fassen auf 1.700. Zwei. Danke. Hau. Stopp. Biss andere Fähigkeit. Achso, ja. Ich vergesst. Na wohl. Hast du Angst? Ah. Oh. Du bist... Ich werde so laut prüfen. Du bist. Danke. Aber wir geben dir halt die FC. Nein. Ja. Vielen Dank.